Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spell for the Lord of Dawn. Wir sind hier und haben eine Mission. Untote töten. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Wow, da ist der Rand. Ist hier wirklich gar nichts mehr? Wenn ja, dann kann ich nämlich... Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehe ich zu dieser Wegkreuzung. Mit meiner Army. Und gehe dann nochmal nach Westen. Weil... Muss ja irgendwie... Das alles so hinbekommen. Dass ich... Ja, wie kann man das am besten nennen? Die Untoten vernichte. Und die... Die Rüstung und das Schwert von Uta greifend Stahl wieder zurückbekomme. Und ich lasse den Elfen... Äh, den Zwergentitarn bauen. Okay, ich hoffe. Ich lasse den Zwerg auf. Okay. Seid ihr alle fertig? Wohin soll ich gehen? Rass wie der Wind. Auf meinen Befehl. Okay. 76 Stück. Das ist gut. Los! Was ist los? Oh Mann. Habe ich mir wieder zu viel Zeit gelassen? Oder haben die doppelt so schnell gespawnt, weil ich zwei Monumente offen hatte? Ey! Ach ja, genau. Ich befinde mich ja jetzt nicht im offenen Kampf. Äh, egal. Jetzt könnte ich auch das Upgrade für den... Oh ne, doch nicht. Egal. 3000 Nahrung. Quietsch! Entschuldigung! Oh, ich habe meine Stoppuhr nicht zurückgestellt. Egal. Es ist jetzt 16.01 Uhr und ich nehme seit anderthalb Stunden auf. Und wir haben die Karte fast geschafft. Nicht. Es erwartet uns noch viel mehr auf dieser Karte. So, mein lieber, lieber Titan. Was für eine Aura hatte der normalen Aura der Windläufer? Ich weiß es gar nicht. Eine Einheit wurde aufgewertet. Wer ruft mich? Das ist er. Komm her! Aus dem Weg! Ein riesiger Steinklotz. Zur Seite! Der genauso klingt, wie er aussieht. Macht Platz! Genau, macht Platz! Wo ist dein Lady ein Pfeil? Macht Platz für den Titan der Zwerge. Der auch noch extrem langsam läuft. Der erinnert mich an nix aus Herr der Ringe oder so. Der erinnert mich eher an einen großen Steinklotz mit Bart. Also halt mit einem Steinbart. Ich kann nicht genau sagen, an was der mich erinnert. Ich weiß es nicht. Okay. Ich brauche... Wie viel Eisen, um die aufzuwerten? 200. Oh! Mondsilberhalle. Genau, ich brauche hier noch eine Mondsilberhalle. Äh, 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 äh. Hm. Dann baut mir doch mal eben schnell eine Mondsilberhalle. Ah, da ist er ja. Der Zwergentitan. Töten! Kommt gar nicht durch. Lasst mich durch. Der muss an der Front kämpfen. Macht Platz. Was hat der für eine Aura? Aura des Lebens. Okay, die kamen von da. Also gehen wir mal da lang. Oder ne, die kamen von da unten. Oh, hier ist auch Mondsilber. Dann gehen wir erstmal da lang. Da unten. Da oben ist auch noch was. Da gehe ich aber noch nicht hin. Oh. Ja. Ja, Tatsache, die kommt von da unten. Eins, zwei und die drei. Töten! Weiter! Weiter! Ein Grab? Sofort! Was macht denn hier ein Grab? Mir nach! Hm. Vorwärts! Okay, es muss sterben. Es hat uns gesehen. Was macht ein Grab hier? Das frage ich mich. Aber ich werde es wahrscheinlich noch herausfinden. Oh, noch mehr Fleischjäger. 29 Schaden. Wow. Ja, kann man wohl sagen, dass sie schwach sind. Da hast du recht. Krankheit heilen. Ist auch eine nützliche Fähigkeit. Oh, was ist das? Schwarze Aura-Bannen. Oh mein Gott. Die Rune ruft. So sei es. Okay. Ich kann sie immer noch nicht. Leute, baut mir eine Schmelze. Lasst uns anfangen. Ist zwar jetzt etwas spät, aber egal. Und los! Für den Orden! Töten! Wäre ich doch lieber unten lang gegangen. Wow! Sophie? Ah, okay. Ja, so. Wow, ich bin schon bald Stufe 18. Krass. Was? Ich habe ein Schild bekommen. Der sah richtig geil aus. Schlag sie zurück! Yeah! Ich klinge immer so. Entschuldigung. Hier müsste sich doch irgendwo noch eine Manifestation verstecken. Schnell! Zum Angriff! Weil, das würde ich echt gerne mal wissen. Wo gibt es noch eine Manifestation? Wow! Kommt nur her! Ja. Kämpf, Männer! Die Ahnen rufen uns! Heite durch, Männer! Fleischjäger, stirb! Verstärk die Deckung! Um! Ach, da befindet sich Sophie. Schließt die Reihen! Sie sind überall! Kommt nur her! Schließt die Reihen! Folgen wir! Zum Ehre haben wir hier! Wir sind hier der Fahrt! Mach doch einfach dein Dornenschild an. Das ist euer letzter Fehler. Nein! Scheiße! Dreh den Tod. Egal, ein Verlust. Kommt nur her! Weht euch schwein' nicht angriffen! Geht da doch mal rein! Money! Danke. Endlich! Töten! Nicht rumrennen! Töten! Töten! Ich glaub' ich schau' mir gleich mal das Grab an. Skelett beschwören Stufe 9, Aura des... Ähm... Aura des Zauns Stufe 10. Kam bis jetzt nicht oft vor, dass ich etwas mit Stufe 10 bekomme. Komisch. Wo kamen dann die ganzen Skelette her? Von da? Mysteriös. Da oben auf dem Berg ist Ismail. Da geh ich noch nicht hin. Weil Ismail ist einer, mit dem man nicht scherzen sollte. Der ist wirklich, wirklich böse. Äh... Okay. Bitte spawn jetzt nicht. Äh... Ihr geht jetzt wieder hierhin zurück. Aber... Du gehst mal hier lang. Ah, die gehen eh alle da lang. Ah ne, doch nicht. Moment, geht mal alle hier lang. So, ich kann die Aufwertung machen. Ah, ich kann meinen geliebten Verteidiger bauen. Ja, natürlich. Kein Eisen. Und die Elite. Eine Elite mal. So, Safi. Du gehst mal zum Grab mal. Weil das interessiert mich, was das jetzt für ein Grab ist. Moment. Ihr kommt mal besser alle mit, weil ich möchte nicht, wenn da jetzt Monster rauskommen. Wo geht's denn da lang? Geht's da hoch? Da geht's hoch. Ein verwitterter Grabstein. Zah. Nix. Okay. Geht hier lang. Und Safi schaut sich mal hier um. Die ist Stufe 17. Bald Stufe 18. Die ist eine... Eine junge Frau, die... Das abkann. Okay. Hallo, einzelner Verteidiger. Und die Elite. Sieht so aus. Ich zeig's dir euch mal eben. Die hat komisches Federgewisch da drauf. Zeig mal. Er hat einen schicken Helm. Man sieht kaum ihre Augen. Ey, Vermummungsverbot hier in Deutschland. Wusstest du das noch nicht? Geht's hier lang? Hier ist Mondsilber. Mosaikwächter. Alles klar. Ich hab ihn gefunden. Ähm. Ja, wir haben ja diese eine Quest. Äh. Also, es ist keine Quest, sondern erstes Bruchstück des Mosaiks. Ähm. Von... Wie heißt der nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Wie hieß der? Ja? Äh. John Grauwind hieß der, glaub ich. Safi, bewegst du dich überhaupt? Ja. Gut. Alles klar. Jetzt weiß ich, wo der Mosaikwächter ist. Da geh ich gleich hoch, weil das ist so eine Art Rätsel, das man machen muss, wo man halt auch töten muss. Wie das klingt. Nur zu! Zwerge! Was hat die Elite eigentlich? Nahkämpfer mit Mondsilberrüstung und zwei einhändigen Mondsilberäxten. Okay. Hier. So. Schnell! Sofort! Ich glaube, der Zwergentitan ist anfällig gegen Mentalmagie, also sollte der sich lieber jetzt aus diesem Kampf raushalten. Vorwärts! Ich glaube, der Elfentitan ist schwach gegen Feuer. Ist ja klar. Feuer verbrennt Bäume. Der Zwergentitan weiß ich nicht. Ich glaube, der ist echt gegen Mentalmagie anfällig. Der Menschentitan ist gegen Schwarzmagie anfällig. Der Orktitan gegen Eismagie. Der Zwer... Ne, der... Der... Trolltitan ist, glaube ich, auch gegen Mentalmagie anfällig. Und der Dunkelelfentitan gegen weiße Magie. Kann es sein, dass der ein Untoter ist? Zum Angriff! Feindlicher Angriff! Unverzüglich! War mir so klar. Zum Angriff! Lass sie nur kommen! Warum rennt der auch alleine dahin? Mir nach! In die Schlacht! Scheiße! Was ist deine Falle? Sie kreisen uns ein! Vorsicht! Schwinge! Ich glaube, der ist gegen... Äh... Wehrt euch, Schwestern! Eismagie, glaube ich. Nicht so... Resistent. Weil... Ja, genau. Weil der... Wasser zerstört ja den Stein. So weit ich muss... Oh! Eine Manifestation! Sag das doch gleich, Mensch! Rüstung von Uta, Priester Thea, Stufe 14. Kann ich gegen die Priesterin Noemi austauschen? Feinde! Zu den Bögen! Kämpf Männer! Ja. Mehr davon! Und mir! Zur Ehre an mir! Warum gehst du da auch lang? Okay, ich habe die Manifestation des Schreckens. Äh, nee. Der Angst und die Manifestation des Schauerns. Jetzt kommen noch die des Schreckens. Oder andersrum? Keine Ahnung. Mehr davon! Töten. Ähm. Töten. Wow, das war meine Tür. Entschuldigt mich. Töten. Was ist deine Falle? Hm. Kämpf Männer! Hallo. Danke. Robin. Ja, ich glaube, ich töte jetzt mal Priesterin Noemi. Tut mir leid für dich. So, jetzt habe ich den Priester Thea. Die töten noch schnell die und dann treffen die sich mit den anderen. Derweil werde ich den Priester ausrüsten. Da kann er einfache Zauberkugel nehmen. Moment, was hat denn der für? Weiße Magie, Leben und Mentalmagie, Verzauberung und Defensiv. Nicht schlecht. Schlichter Magierkampfstab. Ah, ich glaube, den nehme ich in die Hand. Ähm, weil ich ihm ein Schild geben will. Ein schönes Schild. Das er auch benutzen kann. Magier Stachelschild. Er bekommt eine Seidenrobe. Spinnenseidenrobe. Und eine Obsidianmaske der Magier. Und einen initiierten Ring. Und einen antiken Ring. Äh. Klick, 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 klick. Okay. Geht mal alle hier hin. Und du wirst jetzt ja, beschworen. Oh, Wispa, so eine riesige Karte. Zu Befehl. Zu Befehl. Jawohl, ja. Oh, ich schlafe gleich ein. So langweilig. Kann ich bald mal aufwerten? Nee, ne? Noch nicht. Upgrade bereits ausgeführt. Ich weiß, der Titan ist ja auch wirklich ein Upgrade. Äh, noch 400 Nahrung und dann hab ich's. So, ich fütter meine Schweine. Ja, ich hab da was zu fressen. Ich kann diesen Dialekt nicht. Ich werfe nur immer an die gleiche Stelle. Die anderen Schweine da um die Ecke bekommen gar nichts, aber das ist mir so egal. Hauptsache, sie werden schon fett und ich kann sie mästen. Oh. Hohe Resistenz gegen schwarze Malki. Habe ich jetzt vergessen. Egal. Sprech, das ist nicht weit. Geht mal da lang. Ich eile. Ich glaube, es ist nicht schlimm, dass ich jetzt die Zwerge noch auf Stufe 8 hab. La la la. Meine Zwergen-Elfen-Siedlung. Wenn ich weg bin, wird hier ein wunderschöner Wald stehen. Okay, ich muss noch auf den Priester warten. Der ist schließlich wichtig. Oh, der hat die Aura der Heilung. Na, die werde ich dann auch gleich anmachen. Beherrschen. Mana-Raub. Die Rune wird sofort ausgeführt. Wird sofort ausgeführt. Ich bin so fröhlich. Ich kann gar nichts anderes mehr sagen. Yay. Ich kann gar nicht anders reden als jetzt. Okay. Mosaik-Wächter Stufe 17. Der ist mein Level. Uah. Auf mein Zeichen. Ich könnte auch natürlich noch warten, bis ich äh, 3000 Nahrung hab und dann noch schnell 10 Einheiten produzieren. Ich weiß ja nicht. Aber, na doch, könnte ich wirklich. Das mach ich auch. Dauert ja nicht mehr lang. Beeilung. Ja, Zwerge ernähren sich natürlich von Fleisch und ich weiß gar nicht, am Anfang vom Grauschattental habe ich so einen Blödsinn gelabert. Natürlich sind Elfen keine Vegetarier, sonst hätten sie natürlich die Wildschweine und Büffel nicht, äh, angerührt. Warum hab ich da so einen Schwachsinn erzählt? Ähm. Los. Boah, was war das denn? Der ging ja schnell dahin. Na los. Hurry up. Yay. Noch 10 Stück. Yay. Ich kann aufwerten. Und jetzt werde ich, äh, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werde ich das Upgrade machen. 1, 2, 3, 4, 5. Juhu. Und mit dieser Armee werde ich das Mosaik des Todes zerstören oder zusammensetzen eigentlich. Das kann auch etwas dauern. Gewähren wir uns derweil einen Schluck Eistee. So. Geht es los? Ah ja, genau. Da hat jetzt ein anderes Schild. Hm, wenn man sich jetzt die Elite im Vergleich dazu anschaut. Wenn ich sie finde. Ist die gestorben? Geht es los? Ja, die hat zwei Munze bei Äxte. Hier bin ich. Und die hat jetzt ein Schild. Sind die da? Nee, ne? Hm. Die sind schon alle da. Die auch. Sind die schon alle da? Wie ihr wünscht. Mittleres Haupthaus reparieren. Es brennt. Das ist aus Holz hier. Es darf nicht brennen. Da, schaut. Es brennt. Darf nicht sein. So. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. Speicher nochmal. Warum war das Grauschattental eigentlich Nummer 9 und die klagenden Steine Nummer 12? Verstehe ich nicht. Oh, hier ist noch was. Ein Fleischjäger. Ist hier auch noch was? Nee. Du gehst mal hier runter und sammelst den Fleischjäger ein. Danke. Ein Lebensdieb. Hier irgendwo muss die Manifestation der Angst sein. Ja. Vorwärts. Tötet den Mosaikwächter. Ich werde ihn mit einem Todesschlag schwächen. Für die Freiheit. So. Hat der was? Nee. Vorwärts. Okay. Safi. Dann werden wir mal das erste Bruchstück des Mosaikes einsetzen. Die Bodenplatten zählt ein zerbrochenes Steinbild. Der größte Teil des Mosaikes fehlt. Aus dem Untergrund erhöhnt, er entfernt ein Summen. Huch! Da hinten! Hüter des zweiten Fragmentes. Großer Seelentrinker. Da müssen wir jetzt dann hin das nächste Mal. Aber erstmal hole ich die die Waffe von John äh von wie heißt er? Uta. Und die ist nämlich hier hinten. Und dann werde ich hier ganz durchlatschen zum Hüter weil dann kann ich nämlich erstmal das Rätsel lösen. Das ist keine Nebenquest aber man bekommt ordentlich Erfahrung dafür wenn man alle besiegt. Oder? Das geht jetzt Belial rechte Hälfte. Hier hoch geht's. Das kann wieder ewig dauern. Da oben. Geistbrenner, Gedankendieb. Das blöde ist die können jetzt von unten hochschießen. Äh von oben runter. Seelentrinker. Ich hasse die Viecher. Also möglichst weit am Rand laufen wenn's geht. Oh Gott. Sie haben mich gesehen. Kommt zusammen meine Freunde. Na komm. Boote des Wahnsinns. Nee doch nicht. Oh mein Gott. Leute! Leute nicht einfach da stehen bleiben. Los weiter. Wo ist er? Der letzte Boote. äh die letzte Manifestation. Ja ich will ja danke. Ich seh sie nicht. Oh Gott. Da ist sie. Manifestation des Schreckens. Bis erst auf die. Bis erst nur auf die. Töten, 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 töten. Jawohl. Töten. Ja ich weiß. Es ist nicht schön. Aber wir schaffen das schon in dieser letzten Minute. Für die Freiheit. Was ist deine Falle? Werd euch Schwestern. Feindlicher Angriff. Vorwärts. Für die Freiheit. Ich krieg so viele Zauber, die ich schon habe. Ich muss sie unbedingt immer alle verkaufen, wenn ich das nächste Mal in Graufelt bin. Aura der Schwäche. Manifestation des Schreckens. Schwert von Uta. Uta und Geistesstörer. Geistesstörer? War das nicht der mit dem Amok? Oh ich steig bald Stufe auf. Zeig mal. Wo ist dieser Geistesstörer? Effekt Amok. Nein, ich will meinen Flammenzorn behandeln. Okay, wir gehen jetzt zurück hier hin. Stocken unsere Truppen auf. Ah, wir haben gar keinen einzigen Mann verloren. Ist ja cool. Also wir gehen hier lang. Und ich melde mich, wenn wir da sind, vor dem Hüter des zweiten Fragmentes. Also bis dann. Ciao.